Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Velios, Bewerber der Velikte, anzunehmen bei der Love Morganweber im Silberwald. An dieser Stelle im Keller dieses Gebäudes, vor Quest war der Love Morganweber. Was hat er jetzt gemacht? Der hat doch was gemacht. Ah, Portal zum Dalavan Quartal. Brauchen wir den? Anscheinend brauchen wir den. Und wir sterben nicht. Ah, und Eizocke hier ist auch ein Portal zurück. Wir laufen jetzt einfach mal diesen Weg hoch. Okay. Einfach hier weiter. Und dann geht es in diese Richtung. Und schaut mal, der Velios patrouilliert in diesem Gebiet. Hat also keine feste Position. Hier in diesem Gebiet. Vorgebirge des Jügelands. Einfach mal attackieren. Looten. Und da haben wir den Siegelwing. Nun laufe ich möglichst denselben Weg zurück, weil da sind schon die meisten Mobs tot. Sehr eng gehalten. Und wir nutzen wieder dieses Portal an dieser Position. Sehr coole Quest. Quest ist abzugeben bei Dalar Morganweber im Silberwald. An dieser Stelle in dem Gebäude Dwin im Keller. Ich laufe auch kurz hinaus. Eventuell ist es für euch nicht zu finden. Aber normal gibt es hier nur ein großes Gebäude. Oder überhaupt ein Gebäude. So, ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch Kanal. Wewekur, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.